Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wie geht's jetzt schon los? Ja, wir nehmen unter erschwerten Bedingungen auf, muss man sagen. Wieso musst du nochmal aufs Klo, oder? Nee, unser Studio ist nicht gelüftet, also es hat noch so Puma-Käfig-Qualität. Du bist der Puma. Ja, ich habe gestern noch die Guacamole gegessen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und ein Bier getrunken. Auch. Achso, die Mischung macht's, meinst du? Ja, Dialoge bei uns morgens um noch nicht mal so ungefähr sieben am Samstag gibt's eigentlich die Wendy noch, also hab ich gefragt. Und du sagst, du hast die nie gelesen. Nee. Warum eigentlich nicht? Ich weiß ja nicht, ich hab die Bravo gelesen und Bille und Zottel. Bille und Zottel, also das war ein Magazin? Nee, das war ein Buch. Ein Buch. So wie Hanni und Nanni gab's die Geschichte von Bille und Zottel. Verstehe, okay. Die Bille mit ihrem Pony Zottel. Ja, und ich meinte ja die Wendy, das ist ja auch so eine Kinderpferdezeitschrift. Ich hab's übrigens gerade während wir hier reden nachgegoogelt. Gibt's noch? Und zwar haben wir uns ja, als wir geheiratet haben, haben meine Arbeitskollegen uns ein Exemplar davon geschenkt. Weißt du das noch? Ich erinnere mich, stimmt. Und irgendwie, ich dachte, das kam mir gestern wieder so in den Sinn, wo ich dachte, wir reden ja im Pferdepodcast so über alles, alles rund um Pferde. Und eigentlich könnte man doch diese Chefredakteurin, ich versuche die mal irgendwie zu einem Interview zu kriegen. Also dieses Thema interessieren sich Mädchen heute noch genauso. In Zeiten von, was weiß ich, iPad, iPhone, Digitalisierung, sind die noch genauso hot aufs Reiten, hast du nicht gesehen. Nachwuchssorgen, das müsste doch so eine Zeitschrift, die sich nur mit Kindern und Jugendlichen. Und Pferden. Und Pferden beschäftigt, die müsste das doch eigentlich wissen. Und muss man da die Inhalte irgendwie ändern? Die ist immer noch rosa. Und die ist immer noch rosa. Ich habe die Website gerade auf, ich mache es jetzt mal zu. Genau. Rosa, woran denke ich da? Der Manni, unser Orchestermusiker, der spielt jetzt mal die Hymne, damit es losgehen kann. Im Tü-Tü, im Rosa. So, Kopfkino aus. Schnaps-Zahl. Und wir haben morgens früh und konnten noch nichts trinken. Folge 111 des Pferde-Podcasts. Meine Güte. Du hast keinen Schnaps in den Kaffee gemacht. Scheiße. Was haben wir heute alles vor? Bevor wir loslegen, sei kurz erwähnt, wir machen ja immer Folgentitel zu unseren Folgen. Und der beste seit Wochen ist ja der vom Teaser gewesen. Das Fohlen heißt Annette. Das Fohlen, das bei euch auf dem Paulshof im Stall geboren wurde, hatten wir im Teaser kurz besprochen. Und im Grunde genommen ist ja dieser Folgentitel wie so eine Anklage, die da eigentlich lautet, wenn einem Fohlen im Stall ein Name gegeben wird, dann will ich einbezogen werden. Ich glaube, der Besitzer des Fohlens weiß gar nicht, was ein Podcast ist. Aber das ist doch so ein moderner Mann, der ist doch, also Apple Watch, iPhone 13, gibt es schon? Nee, 12, weiß ich nicht. Hubert möge mir verzeihen, aber ich glaube, er weiß nicht, dass sein Fohlen berühmt ist und dass es so insgeheim Annette heißt. Er würde es mir, glaube ich, auch nicht verzeihen, wenn wir sein Fohlen Annette nennen. Annette ist ein schöner Name, Annette ist ein schöner Name, aber für ein Pferd. Aber nicht für ein Fohlen, genau. Ich kam auch nochmal drauf, weil, und das haben wir nämlich, glaube ich, tatsächlich vergessen, und so viel Anstand gegenüber Annette muss ja schon sein, wir haben gar nicht den richtigen Namen erwähnt. Du hast nur gesagt, es hat schon einen. Ja, es heißt Moonlight. Moonlight. Weil es so ein sichelförmiges Abzeichen auf dem Kopf hat. Ah, okay, ich dachte jetzt, weil der Mond schon geschienen hat oder so, weil du bist ja später gekommen, nach Hause auch, weil es war so süß und du musstest dann jetzt noch eine Stunde bleiben. Ich erinnere mich an den Tag. Ja, du erinnerst dich an den, ich auch, ich saß halt allein zu Hause, ne, das ist dann immer, es hat ja alles immer zwei Seiten, ja, und das war halt die andere Seite, aber gut. Du warst voll bockig, warst du. Ja, Fohlen, Pferde, Mann. Aber es liegt an der Sichel auf dem Kopf. Ich glaube schon, ich, keine Ahnung, ich könnte es mir so zusammenreiben. Also, Annette heißt Moonlight. Hätten wir das auch. Ja. Wir sprechen, die Liste ist wirklich lang, was wir so an Stichpunkten auf dem Zettel haben. Du hattest ja in der, du bist ja kurz vor dem Lehrgang, eine Woche vor dem Lehrgang bei Raimund Wille, du hast noch einen zweiten Platz ergattert. Ja, also einen dritten Platz sozusagen. Also ich darf dreimal reiten, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, und nimmst jetzt auch den ACDC mit? ACDC? ACDC an einem der Tage? Ja, AC Freitag. Klecks, Samstag, Sonntag. Ah ja, okay. Also Klecks, bisschen mehr, hatten wir schon besprochen. Wir hatten auch besprochen, dass Klecks im Moment alles andere als gut drauf ist. Du hattest das so ein bisschen geschoben auf der Wächst gerade und hat mit sich selber zu tun. Wir wollen mal hören, wie sich das entwickelt hat. Wir liegen ja auch auf der Lauer. Ich habe den Auftrag, sobald es an der Tür klingelt, sofort das Mikrofon fallen zu lassen, weil das sind die Papiere von deinem Hänger. Die kommen heute per Express. Per Express und per Einschreiben. Und hast du nicht gesehen, damit du den dann im Laufe der nächsten Woche abholen kannst? Am Montag zulassen, am Dienstag abholen. In Mainz, in der Nähe von Mainz. Genau. Und ich habe mich verabredet mit Mareike. Die wohnt da. Na dann, eine Freundin unseres Podcasts. Ja, und, und, auch. Und von dir halt. Uns halt, ne? Uns, genau. So ist es. Und also, Klecks, ACDC, wie geht es denen vor dem Lehrgang bei Raimund Wille? Schnappatmung. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, komm, schneiden wir raus, aber ach, ist doch egal. Wir sprechen außerdem über das Thema Longieren am Halfter. Habe ich gesehen, eine Pro-Contra-Diskussion in einer großen Pferdezeitschrift. Und ich dachte, okay, was gibt es da zu diskutieren? Du machst uns mal schlau. Und wir haben einen Gast, Dr. Lisa Marholt von Hipposport. Wir sprechen übers Anweiden. Auch das steht ja demnächst dann mal an. Und deshalb, da gibt es eine Menge zu beachten. Du hast im Teaser schon gesagt, man kann eine Menge falsch machen, weil auch das Pferden sehr schaden kann, wenn man da zum Beispiel zu schnell vorgeht und die Pferde zu schnell zu viel frisches Gras fressen lässt. Was muss man tun, um böse Überraschungen zu vermeiden? Und Jenny, wir fangen wie immer an mit ACDC und Klecks. Und Klecks, tja, wenn ich jetzt sage, der war das Sorgenkind, dann ist es natürlich übertrieben. Aber du hattest gesagt, ja, der läuft so ein bisschen. Ich nehme alles zurück. Stark sich und so weiter. Und du hast auch gesagt, du hast die Hoffnung, es entwickelt sich noch so ein bisschen. Zwei Wochen bis zu so einem Lehrgang sind eine lange Zeit. Es hat sich was entwickelt, ne? Ich nehme alles zurück. Ach, ich schließe mich ja dann auch immer so mit Reiterfreundinnen kurz. Das ist das, was du erwähnt hast. Stallgespräche. Ich komme nach Hause und es geht weiter. Ja, genau. Per WhatsApp. Und dann habe ich meine liebe Freundin Antonia gefragt, was meinst du denn? Ich bin verzweifelt. Und was würdest du denn machen? Und Antonia hat mir auch gesagt, komm, reit den mal vorwärts. So ein bisschen noch wie so eine Remonte. Die Pferde, die jungen Pferde müssen erst lernen nach vorne. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht und ich bin ihn auch mal geritten. Wieder vier Tage hintereinander. Und was soll ich sagen? Also Donnerstag, nee, heute ist Samstag, doch Donnerstag habe ich ihm echt in den Arsch getreten. Und habe gesagt, jetzt lauf mal vorwärts. Ich war so ein bisschen krantig. Und gestern setze ich mich auf das Pony und das war ein Traum. Also ein bisschen Wade dran. Der hat sofort reagiert. Der ist fleißigen Schritt gelaufen. Ich hatte eine superschöne Anlehnung. Er ist natürlich noch nicht so konstant in der Anlehnung. Beim ersten Antraben hebt er sich immer noch mal raus. Er braucht so ein bisschen, bis er rantritt. Aber ich habe dann wirklich konsequent, ich habe die Hand nur hingestellt und habe nichts gemacht. Und habe gesagt, du musst da jetzt mal von alleine ran. Wade dran, immer so ein bisschen nach vorne geschickt. Immer mal wieder Impuls. Komm, fleißig bleiben. Zulegen, einfangen, zulegen, einfangen, Übergänge reiten innerhalb der Gangart. Und was soll ich sagen? Ich hatte nach zehn Minuten ein tolles Pony unter mir. Ich musste nichts mehr machen. Ich war nur noch schön. Gefährliches Halbwissen jetzt von mir, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung. Aber ist es vielleicht genau diese Mischung aus, okay, Reiterin Jenny merkt, dem Pony geht es nicht so gut. Ich lasse die Zügel mal ein bisschen locker in dem Sinne, dass man auch mal eine Pause gewährt und dass man sich eben nicht drauf setzt und das Pferd nicht so fordert, sondern man tüdelt mal ein bisschen rum und steigt dann wieder ein und gibt Belastungen drauf und fordert. Und dann kann es auch wieder gefordert werden, weil die Ruhephase vorher da war? Also ich denke, dass die Pferde da auch unterschiedlich sind und man muss immer so ein bisschen rumprobieren. Die einen reagieren so, die anderen so. Ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich eben vorne Hufeisen drauf machen lasse. Ich glaube, dass ihm dann nochmal diese Bewegung ein bisschen leichter fällt, weil er läuft ja jetzt barfuß. Er läuft ganz gut barfuß, aber eben halt nur ganz gut. Und ich glaube, dass so manchmal dieses Verhalten in der Bewegung vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass er barfuß läuft, ein bisschen fühlig ist mitunter. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, auch jetzt für die Sommersaison, ich will auch viel in den Wald, ich will ausreiten, dass er einfach vorne mal Hufeisen kriegt und dass er dann so ein bisschen mehr noch aus sich rauskommt. Und ich glaube, viel probieren ist immer ganz gut. Wenn was nicht klappt, dann auch mal was anderes probieren und einfach auf sein Bauchgefühl hören und einfach mal machen. Wenn es halt nicht klappt, mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Und es kann ja dann immer nur besser werden, wenn man verschiedene Dinge ausprobiert. Und ich habe wirklich von zwei, drei Reiterfreunden den Tipp angenommen. Auch Nicole Weidner, die hat mich auch bequatscht. Kannst du mir helfen? Gib mir mal einen Tipp. Die hat auch gesagt, nach vorne Übergänge reiten und immer nach vorne schicken. Immer mal ordentlich zulegen, dass der da vorne ran zieht. Und ja, es gab auch welche, die gesagt haben, reite ihn ein bisschen ruhiger, der Takt muss erhalten bleiben und, und, und. Ja, ja, es gibt ganz viele Ansichten darüber. Aber letztendlich muss man auf sein Bauchgefühl hören und muss so ein bisschen selber auch rumprobieren, weil ich sitze drauf, ich fühle, was das Pferd unter mir macht. Und ich vertraue auch so ein bisschen meiner Erfahrung und meinem Gefühl, das ist gut oder das ist nicht so gut. Und Nicole Weidner, die sich, die Europameisterin ist und sich aber in der Estressur auch schon mal zweimal verriten hat. Also dreimal verriten. Die hat jetzt übrigens, die geht auch fremd, die hat jetzt übrigens auch ein Pony im Beritt. Ein total hübsches Ding, ich habe auch schon erste Videos gesehen vom ersten Mal drauf sitzen. Der ist richtig, richtig schick, gefällt mir total gut. Ja, Folgentitel, Nicole Weidner geht auch fremd. Aber das, ich befürchte, wir kommen, wir kommen damit in den justiziablen Bereich. Also wir werden es mit der Rechtsabteilung vorher noch mal abklären, ob das irgendwie, ob man das bringen kann. Wenn sie das schon liest, wenn sie schon wieder senkrecht im Bett stehen, weil die doch immer abends oder frühmorgens den Podcast hört. Und Nicole Weidner geht auch fremd. Oh Gott, die Idioten. Also es gibt hier eine starke Fraktion für Nicole Weidner, geht auch fremd, aber wir überlegen noch mal. Ja, dem Lehrgang mit Raimund Wille, um das aber noch kurz auf den Punkt zu bringen, steht damit dann aber nichts im Weg. Es ist noch eine ganze Woche Zeit, kann immer alles passieren. Okay, kann immer alles passieren, aber ich hatte ja letzte Woche so das Gefühl, okay, das mit Klecks ist wirklich ein bisschen problematisch. Und du hast ja auch gesagt, du machst nicht so viel mit ihm, also das ist zumindest mal überwunden. Und es ist auch keine Quälerei, sondern im Gegenteil, du hast Herzchen in den Augen und Pony läuft richtig gut. Und ACDC, Fragezeichen, wo wir gerade bei dem sind, der ist ja so, der ist ja so der Konstante dann im Vergleich zu dem Streber. AC ist Streber, das liegt an der Rasse. Nixon war ja auch so ein Streber. Und klar, der hat auch mal Tage, wo er sagt, ja, Olle, ich bin heute gut drauf, ich kann mal bocken. Das macht der auch. Aber der ist so, also eine Stallkollegin sagt immer, der hat immer ein Lachen im Gesicht. Das ist so, ja, AC hat wirklich immer ein Lachen im Gesicht. Und es macht immer Spaß und auch wenn er mal nicht so gut drauf ist, liegt ja auch oft am Reiter, vielleicht bin ich dann nicht gut drauf. Aber der ist sehr konstant in seiner Leistung und der ist halt auch immer 100 Prozent da. Ja, cool. Frage, Thema, was wie vom Himmel fiel und ja, wo ich einfach, habe ich gelesen, Fragezeichen im Kopf gehabt und ich habe gedacht, wir reden einfach mal kurz drüber. Eine große Pferdezeitschrift, ich glaube die Reiter-Revue, hat ein Pro und Contra geschrieben, longieren am Halfter. Also es gibt offensichtlich, habe ich gelernt, Menschen, die sagen, am Halfter longieren, kein Problem, macht euch locker. Und die anderen sagen, eigentlich müsste man da was anderes aufziehen. Eine Trense zum Beispiel, das ist ja das mit Gebiss, für die, die sich nicht so gut auskennen. Nein, da muss man dazu sagen, du hast eben gefragt, ach das Halfter hat kein Gebiss, nein. Also Trense ist ein Halfter mit Gebiss, so kann man das doch sagen, würde ein Reiter nicht sagen, aber oh Gott, Jenny schämt sich gerade für mich. Also longieren am Halfter, ja oder nein, ich habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie ist deine persönliche Philosophie, machst du das, wenn ja, warum hast du kein Problem damit und was sollte man vielleicht tun, bitte sprechen Sie jetzt. Das kommt aufs Pferd an. Alles klar, nächster Punkt, danke. Jetzt habe ich ja drei an der Zahl, also Globus habe ich immer mit Halfter longiert, weil der in... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassirunde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop. Für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby. Für die beste Zeit mit deinem Tier. Ein super toller Selbsthaltung gelaufen ist. Der hat den Hals fallen lassen. Der war super fein zu führen. Da ist da einmal so ein bisschen geruckelt und alles klar, ich bin da. Der war perfekt zu longieren am Halfter. Wenn ich den mit Trense longiert hätte, dann hätte der sich verspannt und eng gemacht und eingerollt. Was soll ich hier? Deswegen war Globus das perfekte Pferd, um am Halfter zu longieren, weil der super ausgebildet war an der Longe. Der hat auf Handzeichen reagiert. Mit dem musste man noch nicht mal reden. Und der konnte das echt gut. Das habe ich dem beigebracht in einem Roundpen. Also mit einer äußeren Begrenzung. Als Jungpferd, den habe ich ja auch vierjährig gekauft, konnte der das natürlich auch noch nicht. Aber das kann man üben, also wirklich im Roundpen. Und dass das Pferd lernt, halt wirklich der Longe zu folgen. Und dass der sich am Halfter an der Longe auch führen lässt. Das hat immer super gut geklappt. Okay, also das, was die am Kopf haben, gibt denen Halt und Führung letzten Endes. Also das ist der Gedanke dahinter. Ich will das nur einmal so kurz. Das musste ich erst verstehen, oder? Kann man das so sagen? Die beiden Jungen longiere ich eigentlich fast immer mit Kappzaum. Weil da kann ich so ein bisschen die Stellung vorgeben, weil dieser Kappzaum, der hat ja vorne auf der Nase diesen Ring. Da kann man besser die Stellung vorgeben und kann besser sagen, hier, halte mal die Linie. Da kann ich das Genick ein bisschen stellen. Da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle über die Haltung des Genicks und des Halses. Und die lernen am Kappzaum aber auch ganz schnell in Selbsthaltung zu laufen und sich zu tragen und nicht irgendwie als Giraffe oder sich einzurollen oder so. Und das funktioniert echt gut mit dem Kappzaum. Da macht man auch diese Geidner-Methode, dass man zum Beispiel sagt, man longiert auf einem Quadrat in konstanter Innenstellung. Da lernen die Pferde, sich so ein bisschen gerade zu machen. Das hatten wir auch schon mal mit diesen Geidner-Dingern. Und das macht man auch am Kappzaum. Aber so zwischendurch mache ich immer mal wieder eine Einheit ausgebunden mit Trense an der Longe. Einfach um die Begrenzung so ein bisschen zu geben, dass die Pferde so ein bisschen mehr lernen, an das Gebiss ranzutreten, den Hals fallen zu lassen. Mache ich aber wirklich nur so zwischendurch ganz sporadisch. Okay, und die ganz hohe Kunst, habe ich dann noch gelesen, ist die Doppellonge. Ja, ich habe eine Doppellonge. Ist aber schwierig, oder? Da hast du schon gesagt, oh, oh, ich… Ich habe noch nie einen Kurs gemacht und ich habe es mit dem Nixen zwei-, dreimal probiert. Ich kann es definitiv nicht. Man muss es, glaube ich, lernen und man sollte sich jemanden holen, der das gut kann und sich da Tipps abholen. Also wie gesagt, ich habe es wirklich zwei-, dreimal probiert und ich kann es nicht so gut, deswegen habe ich es lieber gelassen, bevor ich was kaputt mache. Und ich würde gerne mal so einen Doppellonge-Kurs machen, aber die werden ganz, ganz selten angeboten. Und wenn, dann ist es am Arsch der Welt. Okay, verstehe. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also sowohl das Longieren am Halfter kann man machen, also mit dem Klecks würde ich das auf gar keinen Fall machen und auch auf gar keinen Fall in so einer großen Halle, weil am Halfter halte ich den halt nicht. Wenn der abgeht, wenn die mal sich ausbocken oder so, hat man mit dem Halfter kaum Kontrolle über das Pferd. Und mit dem AC… Geht es dann schon eher, ne? Geht es schon eher, ja, weil der nicht so eskaliert und auch nicht so, der bleibt trotzdem auf der Linie, auch wenn er bockt. Also der dreht sich nicht über die Schulter weg und haut ab oder so, das macht der nicht. Aber, also am Halfter-Longieren würde ich wirklich nur mit einem Pferd, was gut an der Longe läuft und was sehr in Selbsthaltung läuft, weil man kann da nicht eingreifen in Stellung, Biegung oder so, weil, also die Kontrolle über das Pferd mit dem Halfter ist relativ gering. Okay. Ja, cool. Du hast das sehr kompakt und cool erklärt. Ich dachte schon, du sagst kompetent. Ja, kompetent, so könnte man es sagen. Ja, cool, dann sind wir jetzt bei unserem Interviewgast, den die treuen Hörer unseres Podcasts natürlich schon kennen, Dr. Lisa Marholt. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Weidesaison steht ja so langsam vor der Tür. Jenny, noch ist es nicht so weit, oder? Also noch denkt kein Mensch daran. Oh ja, doch, denken schon. Okay. So ein bisschen grün ist das Gras ja schon, aber. Muss noch ein bisschen wachsen. Es war noch zu kalt, es muss ein bisschen länger warm sein, dass es wächst. Du hast gesagt, so als Richtschnur Anfang Mai, Mitte Mai, das ist so in der Regel, da ist es häufig so, ist nebenbei bemerkt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, das muss ich ja noch kurz, das fand ich immer imposant, wenn Pferde in großen Herden stehen. Und das war im Offenstall, in Hessen war das immer der Fall. Aktivstall. Aktivstall. Und da gab es dann immer den Tag der Tage, an dem die Koppel aufgemacht wird. Und was da los ist. Ja, wenn 35 Pferde auf die Koppel preschen, das war schon immer toll. Das war auch immer so ein Ereignis. Da gab es Sekt, da gab es Kuchen, da gab es Kaffee. Da waren immer alle da und alle mit ihren Kameras, mit manchen mit ihren Profikameras, manchen mit ihren Handykameras. Und das waren immer tolle Bilder dabei, wenn diese komplette Herde auf die Koppel precht. Und die wussten schon, was passiert. Und die Stallbesitzerin damals, die Christel, die hat es echt super gemacht. Die haben das total toll organisiert, aber die Pferde wussten morgens schon, heute ist der große Tag. Irgendwie haben sie es gerochen und geahnt und so. Ja, absolut. Und das war auch immer so ein bisschen, also ich habe ja immer gedacht, boah, Christel, die macht echt einen mutigen Job. Also da steht so eine ganze Herde von 35 Pferden am Zaun. Und die wollen halt los. Und die wollen los. Und die hat das so geil im Griff gehabt, muss ich jetzt echt mal sagen. Die Pferde wussten genau, okay, wir müssen warten, bis das ganze Tor offen ist. Vorher dürfen wir nicht raus, weil das muss ja ein breiter Eingang sein, weil wenn da 35 Pferde sich durchquetschen, dann kann es ja nicht nur so ein Nadelöhr sein. Und die haben echt gewartet, bis dieses komplette Tor offen war und bis Christel gesagt hat, jetzt dürft ihr gehen. Und dann sind die da runtergeprescht und das war schon geil. Es ist nie was passiert, Gott sei Dank. Also viele haben ihre Pferde eingepackt bis unter die Zähne. Aber es ist nie was passiert. Es ist immer gut gegangen. Ja, weil die Verletzungsgefahr ist halt einfach da. Viele Pferde, die gleichzeitig galoppieren, da kann es Unfälle geben. Es ist zum Glück nie was passiert in dem Stall. Ja, auch dank der Tatsache, dass das so professionell und gut gemacht wurde. Wir können ja auch mal ein Foto posten. Globus und nichts mehr waren ja dabei. Ja, ich suche eins raus. Ja, genau. Ja, das machen wir als Folgenfoto. Und ihr habt, auch das muss man sagen, vorher euch eben immer darauf vorbereitet, auf die Weidesaison, also die Pferde darauf vorbereitet. Und was man da im Detail beachten sollte, was man auch falsch machen kann, das besprechen wir jetzt mit Lisa. Jetzt aber. Grüß dich. Hallo, lieber Christen. Ja, und unser Thema ist ja heute Anweiden, warum langsam das Bessere schnell ist. Genau, so ist es ja. Das ist dann eigentlich auch die allererste Frage. Lisa, können wir denn unsere Pferde einfach so auf die Weide lassen, sobald die dann freigegeben wird, was ja demnächst in vielen Stellen einfach dann der Fall ist? Ja, also im Großen und Ganzen nein. Du musst dir das so vorstellen oder ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr euren ganzen Winter über oder eine ganze Zeit lang euch nur von, ich sag jetzt mal Trockenbrot Pizza, Nudeln, irgendwelchen Soßen und so weiter ernährt habt und ihr stellt dann von heute auf morgen auf Salat, Gurke, Tomate, frisches Obst, lauter frische Sachen um, dann kommt ja euer Magen-Darm-Trakt auch komplett durcheinander, wenn ihr dann auch kein Brot mehr dazu esst und so. Und das macht sich sehr stark bemerkbar, auch bei uns über Blähungen oder sonst irgendwelche anderen Geschichten. Beim Pferd ist das Ganze nichts anderes. Das heißt, auch der Pferdeorganismus muss langsam an diese neue Futterquelle gewöhnt werden, weil du musst dir halt vorstellen, bei uns ist es nun mal so, die Pferde kriegen den ganzen Winter über satt Heu, das ist sehr trocken und das meiste Heu ist auch mittlerweile relativ dann zuckerarm, proteinarm oder ärmer, je nachdem wann es auch geschnitten wurde, aber durch die lange Lagerung wurde es dann auch immer trockener beziehungsweise wir haben dann noch Kraftfutter dazu gefüttert und jetzt auf einmal kommen sie von, ich sag jetzt mal 20 Prozent Wassergehalt im Futter, grob jetzt mal geschätzt, auf 80 Prozent Wassergehalt im Futter. Von heute auf morgen. Und daran muss der Organismus erstmal gewöhnt werden. Langsam gewöhnt werden. Und warum das so wichtig ist, das können wir ja heute ein bisschen aufdröseln. Genau. Also versteht man total, kann man absolut nachvollziehen, wenn da sozusagen die Rohkost ins Spiel kommt, ganz massiv. Was muss man denn konkret beachten? Ja, also beachten sollte man auf alle Fälle, dass vor der Weidezeit, also bevor die beiden geöffnet werden, da gibt es ganz unterschiedliche Management-Systeme in den verschiedenen Stellen, deswegen kann man da jetzt so pauschal nicht sagen, wie man es macht, aber man kann selber für sich und sein Pferd anfangen, das Pferd an der Hand anzuweiden. Das sollte so zwischen 14 Tage bis 4 Wochen auf alle Fälle gehen. Das bedeutet, du fängst an, erstmal dein Pferd 10 bis 15 Minuten, also am Anfang würde ich eher sagen, 10 Minuten an der Hand irgendwie grasen lassen. Am besten nicht in den frühen Morgenstunden, sondern irgendwann mal mittags oder nachmittags. und das würde ich durchziehen über einen Zeitraum von gut einer Woche, also dass ich halt sage, jeden Tag so circa 10 Minuten, das Ganze dann steigern auf 15 Minuten nach so zwei, drei Tagen und dann würde ich anfangen, nach so alle drei Tage 10 Minuten zu verlängern. Das heißt, du bist dann über eine Woche bei circa einer Stunde Grasezeit für das Pferd an der Hand. Da würde ich dann anfangen zu gucken, hey, verträgt das mein Pferd? Wie ist die Kotsubstanz? Wie ist der Bauch? Ist der hart? Ist der aufgebläht? Geht es meinem Pferd gut? Wenn ja, dann kann ich halt anfangen, nicht nur in den Mittagsstunden zu grasen, sondern halt eben auch mal am besten vormittags anfangen zu grasen und das Pferd halt dann auch an dieses Gras zu gewöhnen. Und wenn ich das Ganze gemacht habe, dann habe ich locker mal, bis ich meine zwölf Stunden beisammen habe oder 16 Stunden, je nachdem, wie lange eure Pferde dann auf der Weide sind, habe ich dann die Zeit auch beisammen. Genau. Das wäre jetzt so dieser grobe Praxistipp, vor allem für die ersten 14 Tage, bevor die Weidesaison anfängt, weil bei vielen Stallbetreibern ist es tatsächlich so, dass die kleine Bereiche abtrennen und erstmal die Pferde nicht auf die große Weide lassen, sondern ja immer wieder kleine Grasstrücke dazu geben, dass die Pferde sich auch da so ein bisschen dran wöhnen können und eventuell auch nur am Anfang ein paar Stunden auf die Weide lassen. Ja, das bedeutet aber auch konkret, wir haben jetzt Mitte April so in etwa und wenn man mal davon ausgeht, so Anfang Mai, Mitte Mai könnte das losgehen, dann ist im Grunde jetzt die Zeit, um damit anzufangen. Das war ja auch so die Zeitachse, zwei Wochen, vier Wochen, je nach Pferd sollte man sich nehmen, dann ist so, jetzt um den Dreh rum ist die Zeit, wo man tatsächlich damit anfangen sollte. Ganz genau. Also bei den meisten ist ja immer noch heutzutage der Stichpunkt 1. Mai und die Weiden werden aufgemacht. Deswegen sollte man jetzt tatsächlich anfangen, sein Pferd langsam aber sicher an das frische Gras zu gewöhnen. Es steht ja auch schon ein bisschen was, wenn man es ganz, ganz richtig machen würde und auch die Stallbetreiber irgendwie gucken würden, dass man irgendwie schaut, dass das auch mit der Grasnarbe funktioniert, dass das mit dem Aussehen des Gras funktioniert hat beziehungsweise wenn die Stallbetreiber auch darauf achten, dass man vielleicht die Artenvielfalt der Gräser fördert, dann würde ich sogar empfehlen, dass man erst die richtige Weidezeit Mitte Mai beginnt, also wenn schon angefangen haben, die Gräser zu blühen, wenn schon angefangen haben, die Gräser sich wieder neu auszulegen, also die Samen zu verteilen, damit man halt eben eine Artenvielfalt auf den Weiden dadurch auch fördert. Meistens ist es nicht so, da wird halt eben geguckt, dass die Pferde so früh als möglich auf die Weide gelassen werden und dann eben nur partiell Weiden in die Gräserblüte kommen. Aber auch das ist in Ordnung, das kann man machen, wenn man darauf achtet. Du hast schon gesagt, die Beschaffenheit des Grases spielt auch eine Rolle. Ein Stichwort in dem Zusammenhang ist ja auch, wie stark ist das Gras schon gewachsen? Also welche Länge haben die Halme? Was hat es damit auf sich? Warum ist das wichtig? Ja, also gerade junges Gras ist halt reich an Protein, ist halt reich an Zucker. Hier ist das Stichwort Fruktan. Also junges Gras ist sehr fruktanhaltig. Warum ist das so? Also Gräser, das junge Gras möchte ja wachsen, möchte ja in die Blüte kommen. Das heißt, das Gras braucht dafür Energie. Fruktan in dem Sinn ist im Prinzip ein Oligosaharit. Also das bedeutet, es ist ein Vielfachzucker. Ja, das vom Gras, wenn es ins Wachstum kommt, in Zellulose umgebaut werden kann, also in die Gerüstsubstanz umgebaut werden kann. Wenn das Gras aber nicht wachsen kann aus verschiedenen Witterungsbedingungen oder weil halt eben nicht genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen, weil es kalt ist oder eben weil auch Feuchtigkeit fehlt, dann kann das Gras bei guten Temperaturen zum Beispiel Energie ansammeln. Und diese Energie wird dann in den Stängeln des Grases gespeichert. Und erst wenn die Wachstumsbedingungen toll sind und gut sind fürs Gras, dann kann das Gras schießen und wachsen. Solange aber die Bedingungen fürs Wachstum des Grases nicht ideal sind, kann das Gras halt eben auch nicht wachsen und speichert diesen Zucker in seinen Stängeln. Das macht das Gras dann eben zu einer, sag ich mal, Zuckerfalle für das Pferd. Okay, sehr spannend. Und das ist nicht gut für das Pferd, weil eigentlich müsste man ja sagen, juchu, rein damit. Aber du sagst, zu viel Zucker ist fürs Pferd definitiv nicht gut. Wie gefährlich ist das und warum ist es schädlich? Zu viel Zucker, wie du gerade schon gesagt hast, ist definitiv überhaupt nicht gut für das Pferd, weil das Pferd hat einen ganz sensiblen Magen-Darm-Trakt. Das bedeutet, ganz viel Zucker führt zu einem Ungleichgewicht im Diktar. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass die guten Bakterien, die das Pferd braucht, um diese Gerüstsubstanz der Pflanzen, gerade das Heu und sowas, umzubauen und für sich zu nutzen, dass die absterben. Andere Bakterien dafür aber die Oberhand gewinnen, also die Bakterien, die Milchsäure bilden, die Bakterien, die Gase bilden und den Zucker abbauen. Und das wiederum führt dann zu Toxinen und diese Toxine führen dann wiederum zu Blähungen, zur Schwächung des Immunsystems, zur Schwächung der Leber, zur Schwächung des Stoffwechsels und zu guter Letzt halt eben auch kann es zu Hufrehen führen. Okay, also Vorsicht definitiv bei ganz jungem und noch nicht so stark gewachsenem Gras wegen des Zuckergehalts. Was gibt es außerdem noch, was man beachten sollte als Pferdebesitzer? Also gerade mit diesem Zuckergehalt, ich meine, man kann darauf achten, dass man zum Beispiel hergeht und sagt, man lässt die Pferde eben nicht am frühen Morgen auf die Weide. Weil diese Speicherung von dem Zucker, das ist überwiegend bei kalten Temperaturen, bei kalten, sonnigen Temperaturen. Also wenn wir jetzt noch unter 10 Grad haben oder sogar Frost und die Sonne fängt schon richtig toll an zu scheinen. Also diese wunderschönen Morgen, die wir ja jetzt auch in letzter Zeit mal hatten, ab und an, wenn die Sonne mal rauskommt, die sind halt ganz besonders gefährlich, weil da hat das Gras noch keine Zeit zum Wachsen, ja. Und Speich hat ganz viel Zucker in seinen Stängeln und erst dann gegen Mittag fängt das Gras an, diesen Zucker umzuwandeln und halt eben wachsen zu können. Das bedeutet, man sollte darauf achten, dass man die Pferde erst gegen 11, 12 Uhr mittags auf die Weide stellt, ja. Und sie dann auch früh genug am Anfang zumindest wieder reinholt. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man durchaus beachten kann und der ja auch jetzt nicht so schwer ist, umzusetzen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, dass man hergeht und viel Rohfaser am Anfang füttert. Also bevor die Pferde auf die Weide kommen, dass man eine ordentliche Portion Heu füttert, damit das Pferd erstmal eine Grundsubstanz im Magen-Darm-Trakt hat, wo die Bakterien auch anfangen können zu arbeiten, die guten Bakterien, dass die unterstützt werden und dass nicht sofort der Organismus eben mit diesem frischen Gras, mit diesem jungen Gras und diesem vielen Wassergehalt übersättigt wird. Dann vielleicht noch ein Themenkomplex, besondere Pferde. Also du weißt ja, unser Podcast beschäftigt sich mit jungen Pferden, die auch im Sport eingesetzt werden, die regelmäßig trainiert werden. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Ja, also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Pferderassen. Wir haben unterschiedliche Bedingungen, wie die Pferde trainiert werden oder auch eben nicht. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir brauchen, wir haben ein Pferd, das wirklich gut im Training steht, das braucht ja auch viel Protein. Und eigentlich ist da gerade junges Gras ganz besonders gut, weil junges Gras ist halt eben reich an Protein, reich an Vitaminen, reich an eben auch Zucker, also Energie. Aber auch genau da muss man halt eben auch aufpassen, zu viel ist einfach auch nicht gut. Das heißt, auch hier muss ich darauf achten, eben mit diesen frühen Morgenstunden, weil einfach der Zuckergehalt zu hoch ist. Aber gerade für laktierende Stuten, für Hengste, für Pferde, die im Sport stehen, ist, ich sage jetzt mal, jüngeres Gras, das halt noch reicher an Protein ist und eben noch nicht so überständig ist, ist natürlich sehr gut. Aber ich muss immer aufpassen, dass ich dann auch meine Fütterung anpasse. Also jetzt vielleicht ein kleiner Wissens-Fun-Fact für zwischendurch. Wenn man sich überlegt, dass ein Pferd circa pro Weidetag und 100 Kilogramm Körpergewicht zwei Kilogramm von Gras aufnimmt und so ein Gras circa 80 Prozent Wassergehalt aufweist, dann kommt es, kann es dazu führen, dass ein Pferd pro Weideeinheit, ein 600-Kilo-Pferd ungefähr, zwischen 50 und 60 Kilogramm Gras zu sich nimmt. Überleg mal, was für eine Menge das ist. Das ist Hammer, oder? Ja, Wahnsinn. Absolut. Und deswegen muss man da ganz besonders aufpassen, dass man eben nicht überfüttert. Also man muss sich dann ganz genau angucken, wie viel Kraftfutter bekommt mein Pferd, wie viel Mineralfutter bekommt mein Pferd. Auch hier würde ich darauf achten, dass ich gerade im Frühjahr das Mineralfutter vielleicht etwas umstelle und ein Mineralfutter nehme, wo weniger Vitamine drin sind, bis gar keine Vitamine, dass ich halt einfach nur meine Spurenelemente und Mengenelemente zufütter und halt eben jetzt eben darauf achte, nicht noch zusätzlichen Mineralfutter zu füttern, das halt auch hoch supplementiert ist an Vitaminen. Ja, also wir lernen. Es ist ein sensibles Thema, das man auf jeden Fall auf dem Deckel haben sollte. Es ist sehr vielschichtig und es gilt auch, man muss jeweils auf das spezielle Pferd achten. Und wenn da Fragen offen bleiben, dann ist, denke ich, ein guter Tipp, euch direkt anzusprechen. Ja, also auf alle Fälle, klar, uns anrufen. Man kann sich jederzeit bei uns beraten lassen. Man kann eben halt auch dann gucken, wenn man selber nicht weiß, welches Mineralfutter da am besten geeignet ist. Ruft uns an, stellt uns Fragen. Wir haben aber auch zu diesem Thema ganz tolle Texte in unserer Hippo-Wiki. Also wenn euch das mit den Fruktangehalten noch interessiert oder allgemein zum Thema Anweiden, wie ihr das Ganze angeht. Da haben wir auch zwei, drei Texte verfasst. Kommt einfach bei uns auf der Hippo-Wiki vorbei, lest euch ein bisschen schlau. Ja, kümmert euch einfach um euch, um eure Pferde. Schaut, dass ihr das irgendwie zeitlich gut einteilen könnt. Und ja, das wird schon. Cool. Und Hippo-Wiki, das werden wir auf jeden Fall bei uns auf der Seite auch mal verlinken, damit man da den direkten Draht zu euch findet, online. Lisa, vielen Dank. Genau. Ja, perfekt. Dann, ich freue mich. Es war sehr schön. Es war tatsächlich ein kleiner Weide-Quickie. Dann bin ich mal gespannt, was wir als nächstes haben zum Thema. Dr. Lisa Marholt von der Firma Hippo-Sport. Bei uns im Pferde-Podcast. Unser Futterpartner. Man kann ja beim Einkaufen bei Hippo-Sport auf die Eigenmarke auch 11% sparen. Mit dem Rabattcode ACDC1, by the way, alle Details dazu, bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Und damit, Jenny, würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Oder. Oder? Ja, ne? Oder geschrieben O-D-A. O-D-A, ja. Da war doch viel drin, hat Spaß gemacht. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Habt eine pferdige Woche. Ich ruf mal bei der Wendy an, was da so geht. Rosa. Genau. Habt eine rosa Woche. Tschüss. Tschüss.